Estland ist ein Stadt in Nordeuropa und das nördlichste Land des Balticums. Das Fläche ist 45,227 Quadratkilometer. Estland ist ein sehr schönes Land. Hier gibt es sehr viele Seen, Flüsse, Wälder und die Landschaftsbild ist überhaupt sehr schön. Rund 44% der Landesfläche sind bewaldet. Der größte See ist peipsi See, die größte Insel Saaremaa und der längste Fluss ist võhandu. Einwohnerzahl ist 1.043.021. Das Anzahl von Esten ist nur 920.000. Aber hier gibt es auch rund 35.000 Russen. Sie sind sehr doof und leben in Höhlen. Wenn jemand sehr extreme Bedingungen sehen will, dann soll er zu Loksa oder Narva gehen. Da sind eine Menge Russen. Sie werden euch hinterherlaufen mit Messern und Steine. Die Hauptstadt ist Tallinn. Es ist auch unsere Heimatstadt. Es ist eine sehr schöne Stadt. Auschenlich sind die Taile, wo Russen leben. Die anderen Großstädter sind Bern, das Hauptstadt des Sommers. Und Tartu, das Hauptstadt von Bildung. Und jetzt ein bisschen Trolololo. der Welt. Die Baumstanziere sind auch aufgelen, wo Russen in diesem Jahr zu fangen. Die Baumstanzierksteich sind sogar sehr, sehr großartig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017